Mein Lieblingsformat ist die Weltcafé. Es ist ein Gruppe von Menschen, die sich mit uns sprechen. Es gibt eine aktive und lebendige Diskussion zwischen den Mitgliedern. Diese Weltcafé-Runden tragen dazu bei. Dort habe ich die Plattform in kleinen Gruppen mit den Menschen zu sprechen. Dort auch ganz individuell zu werden. Es ist wirklich eine Diskussion, die wir wirklich nicht erwartet haben. Die Leute kamen mit sehr unterschiedlichen Angeln. Die Leute sind intrinsisch interessiert. Sie suchen für Inspiration, für Antworten. Es geht darum, zu engagieren in Themen, und zu versuchen, was die Leute darüber zu denken, und darüber zu sprechen, und darüber zu sprechen, und die Best-Practice mit Kollegen von allgemein. Das ist einst du von einer Liedernung im 40 Teil.